In diesem Film lernen Sie, wie Sie mehrere Autofilter hintereinander schalten können. Das Telefon klingelt. Sie heben ab und hören die Stimme des Chefs. Herr, äh, äh, Meier, Sie haben doch die Umsatzliste, die mit, äh, ach, Sie wissen schon, ich bräuchte bitte gleich alle Umsätze von Herrn Berger mit dem Kunden Alfreds Futterkiste. Mich interessiert aber nur die Gesamtsumme. Schaffen Sie das in 15 Sekunden? Ich bleibe am Apparat, danke. Während Sie dem Chef beim Atmen zuhören, setzen Sie zuerst den Filter für den Verkäufer, dann für den Kunden. Aha, vier Datensätze. Um die Summe zu ermitteln, markieren Sie die Zellen mit den Umsätzen, werfen einen Blick auf die Autosumme in der Statuszeile und sprechen ins Telefon, Das sind genau 1317 Euro. Statt 15 haben Sie nur 14 Sekunden gebraucht. Kurz darauf klingelt es erneut. Wieder ist der Chef am Apparat. Diesmal will er die Summe aller Umsätze der Herren Huber, Moser und Müller mit allen irischen und polnischen Kunden. Großzügig gibt er Ihnen diesmal eine volle Minute. Und los geht's. Erst die Filter für die Verkäufer Huber, Moser und Müller. Dann noch die beiden Länder. Und zum Schluss wieder die Autosumme. 12.751,32 Euro. Als Sie den Hörer auflegen, sind von der Minute noch gut 30 Sekunden übrig. Bis zum Schluss.